Mia, was hast du? Ist sie tot? Das ist alles deine Schuld. Komm doch her, ich mach dich fertig. Versuch's doch. Nein, ich habe eine bessere Idee. Was hast du vor? Ich werde Mia retten, dann. Dann was? Dann wird sich Mia für mich entscheiden. Das lasse ich nicht zu. Ich werde Mia retten. Ich muss Hilfe holen. Nein, ich hole Hilfe. Das kannst du vergessen. Haha, es hat funktioniert. Ich kenne einen Arzt, der hier in der Nähe ist. Oder noch besser, ich rufe einen Krankenwagen. Gut, dass ich türkisch kann. Du wirst mich auswählen, Mia. Dafür musst du aber überleben, mein Engel. Warum ist hier niemand? Ich brauche Hilfe. Meine Freundin ist ohnmächtig. Vielleicht ist Paul hier irgendwo. Ich muss ihn finden. Du bist die einzige Frau, die ich lieb. Ich habe dich nicht verdient. Oh, Baby. Ich muss mich beeilen. Mia ist in Gefahr. Sie darf nicht sterben. Vielleicht ist Paul ja in der Sauna. Ich schaue mal nach. Es klingelt. Hallo, was ist Ihr Notfall? Können Sie Deutsch? Ja, Sie haben von einer deutschen Nummer angerufen. Haben Sie einen Notfall? Ja, meine Freundin ist unbefallen. Jetzt ist sie ohnmächtig. Wo sind Sie gerade? Am Strand in Antalya. Okay, dann ist ein Hubschrauber besser. Atmet Ihre Freundin noch? Da singt doch jemand, oder? Ich liebe dich so sehr. Jeden Tag ein bisschen mehr. Oh, Baby. Ist das nicht Paul? Mia braucht dringend Hilfe. Ich klopfe mal. Bitte sagen Sie mir, ob Ihre Freundin noch atmet. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Der Hubschrauber ist unterwegs. Die Piloten sollen sich beeilen. Ich darf Mia nicht verlieren. Bitte beruhigen Sie sich. Bleiben Sie bei Mia. Ja, das mache ich. Kann ich einfach reingehen? Ich hoffe, Paul ist nicht nackt. Du bist das Einzige, was mir wichtig ist. Bitte bleib so, wie du bist. Oh, Baby. Boah, ich habe eine Idee. Ich sollte mal ein ganzes Lied aufnehmen. Ich gehe jetzt einfach rein. Mia braucht uns. Dann stelle ich das Lied auf YouTube. Paul. Nico, was machst du denn hier? Ich wollte Mia überraschen, aber... Was aber? Sag es, Nico. Mia ist umgekippt. Sie ist ohnmächtig. Oh mein Gott. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Sie ist am Strand. Hast du einen Krankenwagen gerufen? Äh, nein. Das habe ich nicht. Bist du verrückt? Geh zur Seite. Ich muss zu meiner Tochter. Oh nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Was Emre wohl gemacht hat, um Mia zu helfen. Ich muss auch zu Mia zurück. Ich komme, Mia! Emre darf nicht gewinnen. Wenn er Mia rettet, wird sie sich für ihn entscheiden. Das darf ich nicht zulassen. Was stinkt denn hier so? Egal. Ich muss weiterlaufen. Soll ich noch etwas tun? Passen Sie auf, dass Mia sich nicht übergibt. Sonst könnte sie ersticken. Alles klar. Mache ich. Mia! Mia! Was ist hier los? Mia, was hast du, mein Schatz? Sie ist einfach umgekippt. Hast du schon einen Krankenwagen gerufen? Ja, ich telefoniere gerade mit denen. Die schicken einen Hubschrauber. Okay, sehr gut, Emre. Du bist schlauer als dieser Nico. Ich mochte diesen Jungen noch nie. Gut, der Vater mag mich mehr als Nico. Wo bleibt denn der Hubschrauber? Wo ist der Hubschrauber? Er ist in der Luft. Es dauert nicht mehr lange. Die Patientin ist ohnmächtig. Sie ist in einem kritischen Zustand. Wir müssen uns beeilen. Danke, Sie sind echt nett. Ich glaube, das bringt nichts. Aber warum nicht? Hilfe ist unterwegs Mia. Bist du nicht der Junge, der Mia eine Rose gegeben hat? Äh, ja. Bitte schlagen Sie mich nicht. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Wo bleibt denn dieser Hubschrauber? Wir sind gleich da. Bereit machen zur Landung. Ist das der Hubschrauber? Hörst du ihn auch? Ja, ich glaube schon. Na endlich! Wir sind hier! Da springt ein Mann im Handtuch. Das ist seltsam. Egal, lande hier. Schnell! Kommt her! Da ist die Patientin. Wir müssen unser Bestes geben. Ja, komm. Was hat meine Tochter? Ich muss die Patientin untersuchen. Das sieht nicht gut aus. Warum? Was ist los? Da stimmt etwas mit Ihrem Herzen nicht. Oh nein! Ist es lebensbedrohlich? Ich fürchte ja. Bitte tun Sie etwas! Ich kann hier nichts tun. Hol die Trage, Mehmet. Ja, sofort. Was passiert hier? Ihre Tochter muss ins Krankenhaus. Warum das denn? Sie muss wahrscheinlich operiert werden. Mein armes Mädchen! Die Liege ist bereit. Gut, wir legen die Patientin jetzt auf die Trage. Wir können los. Ich möchte mitfliegen. Darf ich? Ich möchte auch ins Krankenhaus. Ja, ihr dürft mit. Wir gehen zum Hubschrauber. Mein armes Baby. Ich will auch ins Krankenhaus fliegen. Nein, du kommst nicht mit. Emre hat den Notruf gewählt. Und nicht du. Ich komme mit. Sonst lasse ich euch nicht gehen. Bist du bescheuert? Wir haben keine Zeit für so einen Unsinn. Mir egal. Ich komme mit. Mia braucht mich. Nein, Mia braucht dich nicht. Sondern eine Operation. Und du gefährdest gerade ihr Leben. Herr Müller, wir haben echt keine Zeit mehr. Dann lasst mich mitfliegen. Du hast sie doch nicht mehr, Alu, du Verrückter. Okay, du kannst auch in den Hubschrauber einsteigen. War das so schwierig? Ich hoffe, Mia verlässt dich. Ich werde ihr erzählen, dass ich sie gerettet habe. Das wird sie dir nicht glauben. Na, das werden wir sehen. Wir müssen Mia jetzt wirklich ins Krankenhaus fliegen. Ja, lasst uns fliegen. Wir heben ab. Es ist vor Läng hier. Ja, weil du unbedingt mitfliegen wolltest. Du solltest einfach etwas abnehmen, Paul. Nerv mich nicht, du Monster. Wir sind gleich da. Halte durch, mein Schatz. Fliegen Sie schneller. Fünf Minuten später. Wir bringen Mia in den Operationssaal. Halte durch, mein Schatz. Die Patientin muss am Herzen operiert werden. Sie ist noch so jung. Wir geben unser Bestes. Drei Stunden später. Wir warten schon so lange. Hoffentlich wird alles gut. Das hoffe ich auch. Halt deinen Mund, Nico. Da kommt der Arzt. Sind Sie Mias Vater? Ja, bin ich. Und ich bin ihr Freund. Halt deinen Mund, Nico. Wie geht es meiner Tochter? Ihr Herz wurde verletzt. Wir wissen aber nicht, wie das passieren konnte. Das ist bestimmt wegen mir und Nico passiert. Können wir zu ihr gehen? Ja, kommen Sie mit. Wie geht's dir, mein Schatz? Nicht so gut. Ich habe dich gerettet, Mia. Das stimmt nicht, Nico. Doch, das stimmt. Nico? Ja, mein Schatz? Verschwinde aus meinem Leben. Aber ich habe dich doch gerettet. Nein, ich konnte euch alle hören. Oh, verdammt. Ich liebe dich, Emre. Ich dich auch, Mia. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch eine Folge zu sehen.